Was sollte das? Mann! Mario, das kannst du aber besser, nee! Das weißt du schon! Zeig es uns! So, nochmal! Nicht die Abkürzung nehmen, denn sagt er, dass das Betrug sei. Und auch, ja! Ich war noch vor ihm, ich war noch vor ihm! Danke! Auch wenn es knapp war! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Wow! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!